Wer echten Bluesrock will, der geht nach Osten. Radio 1 präsentiert das 5. Bluesrockfest. Am 21. März im Kreiskulturhaus in Seeloh. Mehr Infos auf radioeins.de. Das 5. Bluesrockfest. Das Bluesrockereignis. Mit East Blues Experience, Engerling, Musikern von Renft. Mit Schweider, Uffholz und Klunker und vielen anderen. Radio 1. Für alle, die einfach Bluesrock wollen und natürlich nur Verwachsene.